So, Hallihallo, wie geht's uns? So, Skalette ist wieder da, ja. Was mir hin und wieder einfällt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich mache ja nur Kampfläuferangriffe hier. Oder hauptsächlich. Die Special-Folge mit dem Kai, da war jetzt keiner. Kein Kampfläufer? Ja, komm, da können wir sogar voll durchziehen, weißt? Geil. Ja, manche würden sich vielleicht fragen, warum? Warum nur scheiß Kampfläuferangriffe? Aus dem ganz schlichten Grund, ich kriege eine Trophäe dafür, wenn ich 30 Kampfläuferangriffe vollzogen habe. Das heißt, die 30. Folge hier... Laut unserer Messungen ist der feindliche Ablink offline. Wenn ich hier die 30. Folge gemacht habe, dann... Kriege ich das für... Oh, da ist das... Das ist geil, geil, ne? Das ist geil, geil. Ich halte mal Abstand. Ich bin ja Atheist, deswegen spiele ich immer solche Spiele. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Wirings zu verhindern. Wo sind die? Ich finde, die haben... Im Vergleich zu mir, ich bin komplett weiß gekleidet. Da haben die gegen mich, alter... Ne... Ne Monster-Tarnung, du. Auf einmal hat man irgendwie in dem Gefecht immer einen Partner. Keine Ahnung warum. Jetzt sind wir schon... Ne, ist gleich... Beiden fehlt einer. Verknüpfen. Verdammt, ich dachte, die Kanone wäre oben in der Balken. Weder was gelernt. Natürlich ist er direkt vor der Nase weggeschnappt worden. Ich liebe es, ich liebe es. Also ich bin auch nicht sarkastisch gerade. Ich mag das Spiel. Aber ich hasse es, wenn man mir was direkt vor der Nase weggeschnappt. Äh... Ich bin... Das Ding hat vor einer halben Stunde gezündet. Ich war schon... Licht... Ich war schon über die ganzen... Alter. Natürlich sind wir wieder im Nachtteil. Wieso kann ich nie in der Gruppe... Wieso kann ich eigentlich nie in der Gruppe landen, die mehr... Immer die, die weniger hat. Das ist mein Glück. Das heißt ja immer, Pech und Spiel, Glück in der Lieber. Aber in der Lieber habe ich ja noch mehr Pech als hier. Also muss das hier wohl... Ähm... Meine Art von Glück sein. Mein... Persönliches Glück. Ich schmeiß mal der Droide, vielleicht klingt er was. Also das... Das... Das da... Ist mein Glück. Truppenstärke mäßig komplett unterlegen. Ja, ich schieße ja schon, ich werde dafür nicht bezahlt. Krieg aber ich... Und muss... Doch ich werde für die Zeit. Egal wie oft ich sterbe, ich werde bezahlt. Danke, Großer. Ein Glück haben wir den. Alter, der hat noch viel Leben. Ach, vier Typen wieder. Aber... Mittlerweile ist das Gefecht wieder etwas fair. Partner fast nicht verfügbar. Ja, natürlich. Ich will ja auch keine... Ich... Ich weiß nicht mal, ob ich männlich oder weiblich bin. Das finde ich so bescheuert. Wieso gibt es hier überhaupt eine Trennung? Okay, 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 okay. Mann, schreit mich nicht so an. Ich kann mir schon denken, warum es hier eine Trennung gibt. Mann, Frau. Frau will ja auch. Es gibt ja tatsächlich Mädchen oder Frauen, die sowas spielen. Ich nehme keinen Namen. Könnte ich auch keine nennen können. Ist das nicht Pandora? Ich weiß nicht. Haben sie mir... Nein, nein, nein. Ich darf auch so fahren. Ich darf auch so fahren. Ich darf auch so fahren. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Okay, ich habe 50 Sekunden lang diese Scheiße. Scheiße. Leider kann ich nach hinten nicht gucken, wo ich hin will. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Ich balle einfach mal wild rum, egal ob ich was treffe, ich schieße einfach mal auf den ablehnen kann. Ich kann nicht den Kampfläufer zu schädigen, weiß ich jetzt gar nicht. Ach, deinem. Ach, deinem. Ach, deinem. Ach, deinem. Abhört. Wie sieht man? Ach, deinem. Ach, deinem. ist ja nicht von dem ausgehalten. Wäre das jetzt schon Level 30 oder so, der hätte mich sofort instant getötet. Und daran sieht man halt diese enormen Levelvorteile. Ja, ist mir egal, egal, ich falle rum, Wettbezahlen, lol. Ich muss so weit wie möglich in das feindliche Levelvorteile. Kann ich das? Ja, ich kann das auch einsammeln. gut. Au. Ich gehe euch mal diskret auf den Sack. Ach, komm. T21. Komm, spawnen wir einfach mal da gehen. Hab ich grad Korn am Boden verstanden? Geil! Korn! Juhu! Ähm, ja. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Ich glaub, die machen Death Metal oder sowas. Sowas für die Goffkinder unter euch. Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Oh, kann ich das Ding? Okay, da hinten müsste ich... Alter, kick dich! Oh, cool! Ich hab Kill! Zurück in die Schlacht! Nein, die sind da hinten! Zurück in das Kampfgebiet, Soldat! Das ist da hinten! Ich will doch nur gegen Rebellen kämpfen! Oh, komm! Harschhaft daneben, aber versuch du mal mit einer Granate zu treffen auf diese Entfernung. Ich muss erst das Partnerschaft machen, dass die da vorne spawnen. Ich geh mal in das Schutzschild, mal gucken was da drin passiert. Ach nix, der ist schon tot. Ich will. Oh, kommt! Meins, meins, meins. Der bitte umgehende ATS die Unterstützung! Iiiiihihihij riots, was ich denn nur noch schrotten darauf schalte. und was ich aus dem letzten match gelernt habe mit kai wo ich zum ersten mal ein held war doch da in die luft gegangen ist mein bruder hier irgendwo hat er schon wieder blähungen kommt hier und solange ich nicht dafür macht ich komme da doch nie im leben durch der baumstamm doch auch ich habe irgendwas erwischt okay hält werde ich nicht nur da hat mir den orbital angriff aufgehoben bravo ich habe drei raketen im nacken also auf einem mehr oder wenig als ich bin mir nicht vor hey luke ich will den helden morgen ja erst mal täglich herausforderung doch wird dann das für kranke täglich herausforderung als würde einer der nicht gerade zum kampfläufer hat ich kann damit für die dumm gehen gerade ich habe wohl noch noch mehr ist da einer kranzwölfe alter ist es geil das war der mieseste vergleich den ich hier hatte stimmt wir haben noch also ich kann den tag geht schon okay ich pack fest ja schöne scheiße wie komme ich hier wieder runter ja ja ich muss mich da runter dadurch durch sollst du doch ich bin doch ebenfalls tot und da da ich komme gar 15 zentimeter kommt den berg da nicht runter 15 zentimeter und ich komme den berg da nicht das kommt nicht zu fuß oder ich bin tot ja irgendwann muss das nicht mal erwischen ich komme gerade erst von ich bin doch gerade als wieder an der front wird auch nicht zu schießen alter das gefecht ist voll und wir haben wahrscheinlich höher level spieler der von ein alter was gammelkader das ist jetzt die gammelkader scheiße ich drücke immer den falschen knopf nein 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 meiner 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 gleichzeit geil also wenn das so weitergeht dann wird auch solche richtung wir sind dahin ich das ist schon das dritte fahrzeug heute einfach mal ins feld der trifft er trifft er denn nein ich kann hier nicht laufen ich bräuchte eben eine fläche so ist so eine ganze ja da oben ich sehe ich also wie die an die grad ausrasten mit ihren raketen kam da ein schiff ist gut gesagt dass das ist ein kampf nur so eine art kommt mit wie viel Raketen schießt der mit einem schlag die ich bleib hier steh ich mein Job alter die übertreibt weg damit wenigstens habe ich sie noch abgefeuert der hat er jetzt glück und hat noch den letzten hit gelandet jetzt werden wir diese rebellion niederschlagen oh bitte bitte macht haben wir eine welten verteidigen die wacker ja ich höre schon auf das ist gar nicht ich möchte liebend gern dass man im gefechtes gewehr wechseln könnte weil dann hätte ich mit rest und ein snipes gewehr verpasst jetzt für solche sachen nein ich hab die doch geworfen wird so fliegt die nicht weg spieler in gefühl ich war kurz mal vielleicht vielleicht hört das auf es war jetzt war ich hier wenn ich gut bin sind dort immer die bösen wenn ich böse bin sind dort immer die guten treffe ich nein da war ich nicht juhu wieso steht für alle oben das ist doch ein nachteil alter ich treffe nicht Streuwerfung nicht so viel bis zu groß auf juhu ja so geil dann schloss auf einmal auf den dinge einstellte ja nein da gucken uns natürlich jetzt alter was das jetzt geil zu ende du Hey, wieso kann ich jedes Gefecht so geil sein? Dreimal Fahrzeuge fahren und das ist so eine Scheiße mit Kollegen bauen. Was wünscht man sich in Battlefront-Wärter? Das ist der Grund, warum ich den Scheiß überhaupt noch spiele, obwohl ich mich immer so aufrege. Will ich solchen Scheiß-Aktionen, die überhaupt keinen Sinn machen. Alter, guck mal, 19 Kills, das ist ein persönlicher Weltrekord. Und ich habe meinen ersten Helden gekillt. Also hier erstmal mir selbst auf die Schulter klopfen, das habe ich gut gemacht. Und das war ziemlich dumm, ich habe immer noch diesen miesen Sonnenbrand. Ja, jetzt ziehen wir hier die Tabelle, jetzt verlassen wir das Spiel. Alter, der geilste, der geilste Tag, der geilste Tag hier. Und jetzt frage ich euch mal, also schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß nur nicht, wie man diese Infoboxen macht mit Ja, Nein. Weiß ich leider noch nicht. Ich kann den PC noch nicht so richtig mit dem YouTube-Account hier verbinden, also habe ich doch große Probleme. PC zickt in jederlei Hinsicht, deswegen ist es ja alles PS4. Egal, ich schweife schon wieder ab. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn es nur ein einzigster ist. Ich habe ein neues Spiel entdeckt. Ja, das Spiel ist schon eh wie auf dem Markt. Also für mich ist neu, für euch ist es wahrscheinlich älter als, was weiß ich, eure Großeltern. Das nennt sich The Crew. Ich habe es schon angespielt. Ich spiele es auch gerade privat. Das werde ich gleich hier nach der Aufnahme auch spielen. Aber ich frage euch. Wollt ihr sowas sehen, dass ich auch mal statt einer schönen Schädel einschlagen auch mal ein Rennspiel spiele? Also nicht unbedingt The Crew, also das habe ich jetzt als Beispiel genannt, dass wir dort einfach in meinem privaten Level dann weiterspielen. Ein einzigster Kommentar. Ja oder nein, ist mir egal von wem. Mindestens einer muss da sein. Und wenn es mehrere sind, entscheidet ihr meine Zeit bei Gleichzahl. Mach ich nein. Nee, mach ich nicht. Also ich glaube, dass es so genau gleich gar nicht sein wird. Aber es ist euch ins Hinterlassen. Es ist euch überlassen. Nicht hinterlassen, Alter. Ich kann nicht übersprechen. Das war jetzt gerade so ein geiles Gefecht. Und mit dieser Motivation verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Scarlett. Ciao.